Den 9-2-Auswärtssieg zum Auftakt in die neue Saison fast im Alleingang beschert. Der erst 14 Jahre alte Mittelstürmer eröffnete seinen persönlichen Torregen schon in der dritten Spielminute mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2-0. Giovanni Reiner hatte die Borussia beim Wuppertaler SV bereits in der ersten Minute in Führung gebracht. Bis zum Halbzeitpfiff folgte eine wahre Moukoukou-Show. Nach dem Anschlusstreffer der Wuppertaler ließ das Megatalent binnen 16 Minuten einen lupenreinen Hattrick folgen. Nach der Pause erzielte Moukoukou seinen fünften Streich für das zwischenzeitliche 8-1 für den BVB, der zwei Klassen zu stark für den WSV war. Kurz vor Schluss erzielte Wuppertal noch den Ehrentreffer der zweiten Hälfte, bevor Moukoukou einen Handelfmeter im Nachschuss zum 9-2-Endstand verwandelte und seinen 6er-Pack vollmachte. Skibbe sagte über Moukoukou, er wird eines Tages Profi werden. Das war ein toller Start. Auf der Leistung lässt sich sicherlich aufbauen. Wie gut wir schon sind, werden nun die folgenden Aufgaben gegen den 1. FC Köln und in München-Gladbach zeigen, sagte BVB-Trainer Michael Skibbe nach der Partie. Bereits eine Woche zuvor hatte Skibbe Moukoukou gelobt und ihm eine goldene Zukunft prophezeit. Der Junge wird eines Tages Profi werden, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Nur Verletzungen könnten ihn stoppen, sagte er. Das Ausnahmetalent, das seit drei Jahren beim BVB unter Vertrag steht und im November erst 15 Jahre alt wird, kann also auch problemlos bei den Großen in der höchsten Jugendstufe mithalten. Vergangene Saison hatte der junge Deutsch-Kameruner in der U17-Bundesliga in 28 Spielen 50 Tore erzielt und 9 Treffer vorbereitet. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was haltet ihr vom Wundertalent Moukoukou? Ja, glaubt ihr ihm sein Alter? Glaubt ihr es ihm nicht? Egal, ob ihr es ihm glaubt oder nicht. Also ich finde es trotzdem krass. Also selbst wenn er jetzt schon über 20 wäre oder so und nicht 14, dann spielt er trotzdem in der U19-Bundesliga. Also ich glaube, da sind auch nicht die Schlechtesten unterwegs. Trotzdem, sagt mal, was ihr davon haltet und schreibt in die Kommentare, ob ihr es ihm glaubt. Ansonsten sag ich bis zur nächsten Folge und ciao!